Hallo, wir vergleichen heute zwei Gitarren für euch. Die Gitarre, die ich gerade gespielt habe, eine Fender Custom Shop Telecaster Custom im Sixty Style und eine H-Traditional T. Beide Gitarren sehen natürlich relativ ähnlich aus, die eine ist inspiriert von der anderen. Wir haben hier eine Made in den USA Telecaster mit einem Aero Body, Maple Hiles Rosewood Griffbrett. Und die H hat auch ein Maple Hiles Rosewood Griffbrett, aber ein Body aus Corina. Pickups sind relativ ähnlich, Fender No Custer Custom Shop Pickups sind der Fender. Bei der H sind es Klopmann Fifties Pickups. Und jetzt schauen wir mal, wie die klingen. Die Gitarre, die ich gerade gespielt habe. 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 So, ja, sind natürlich beides super Gitarren. Ich bin gespannt, welche euch besser gefallen hat. Oder Fender Custom Shop. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Tschö, Tschö. 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 . Untertitelung des ZDF für funk, 2017